Freunde, Anerkennung. Anerkennung, Freunde. Ja, heute mal ein ganz anderes Thema. Ihr wundert euch vielleicht, der ein oder andere, was das jetzt tatsächlich mit meinem Job zu tun hat, was das mit Life Coach, Ernährungsberater, Personal Coach, Personal Trainer zu tun hat. Aber im Namen Life Coach ist es schon drin, denn wir alle suchen mehr oder weniger Anerkennung. Ich nehme heute bei dem Video in Bezug auf, was uns Menschen extrem viel Energie kostet. Wo wir, ja, mehr oder weniger uns keinen Gefallen tun dabei. Also, jeder Mensch sucht mehr oder weniger in dem, was er tut, eine gewisse Anerkennung. Und jeder macht es auf seine Weise. Und das wird oft auch, gerade jetzt auf Social Media Plattformen, wird das ganz oft torpediert. Es werden Leute beleidigt, es werden Menschen beleidigt, die durch ihr Tun, durch ihr Können, nach Anerkennung suchen. Das ist auch mehr als legitim, denn jeder Mensch versucht natürlich, diese Anerkennung zu bekommen. Warum? Weil es natürlich eine Befriedigung ist, wenn man Anerkennung bekommt für das, was man tut. Für die Leidenschaft, die man ausführt. Wenn man da Anerkennung bekommt von fremden Menschen, ist das schön, da fühlt man sich wohl. Das triggert natürlich unser Belohnungszentrum. Unser Serotonin, Wohlfühlhormon geht nach oben. Unser Dopamin, Belohnungszentrum geht nach oben. Es fühlt sich angenehm an. Deswegen versucht jeder, auf seine Art und Weise Anerkennung zu bekommen. Und das Problem ist, was dahinter steckt, ist, dass viele natürlich anderen Menschen diese Anerkennung nicht gönnen möchten. Und da steckt dieser krasse Energiefresser drin und der nennt sich Neid. Und das fällt mir dann irgendwann die Tafel noch um, wenn es da weitergeht. Das ist Neid. Und Neid ist letztendlich nichts anderes, wie anderen Menschen die Anerkennung unter anderem nicht zu gönnen. Jeder bewertet aus seinem Universum raus. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie ich Bilder postet von sich selbst, dass er über 50 eben noch ein Topbody hat. So, da gibt es viele Menschen, die finden das schön, die tun das Anerkennen und sagen, finde ich toll, dass du das machst. Finde ich toll, dass du das alles in dich rein investierst in Form von gesunder Ernährung, in Form von regelmäßigem Sport. Da gibt es wieder andere, die sagen, es sieht scheiße aus. Da gibt es wieder andere, die sagen, es ist völliger Bullshit, wie kann man sich mit über 50 noch so benehmen, dass das pubertäre Verhalten eines 20- bis 25-Jährigen. Was steckt in den meisten Fällen dahinter? Neid. Es steckt in den meisten Fällen Neid dahinter, weil natürlich demjenigen eventuell ein Spiegel vorgehoben wird. Und er in dem Spiegel sieht, der kann was und macht was, was ich nicht kann und nicht können werde, weil ich nicht die nötige Energie dafür aufbringen möchte. Das ist ja auch völlig legitim. Da ist ja überhaupt nichts dran zu beklagen. Aber warum kann man nicht in dem Moment diesen Faktor Neid erstmal überprüfen, warum reagiere ich denn überhaupt so? Warum muss ich jetzt im Moment genau das schreiben und beleidige damit einen Mensch, der letztendlich Anerkennung sucht? Warum? Weshalb? Und das Spannende ist, dieser Neid, der tut mir und demjenigen, der beneidet wird, am allerwenigsten weh. Warum? Weil ganz viele Menschen in der Zwischenzeit schon wissen, Neid ist auch ein Stück weit Anerkennung, dass ich was tue, was der andere nicht kann. Somit schneidet er sich, der den Neid produziert, mehr ins eigene Fleisch und sagt mehr über seine Person aus, wie über die Person, die er beneidet und die er beleidigt. Schaut mal. Der eine macht es mit seinem Körper, der andere postet Bilder, fährt am Straßencafé-Drama vorbei mit seinem Ferrari und mit seinem Porsche oder mit seinem Bugatti, was auch immer. Der nächste postet Bilder von seiner Frau, der übernächste von seiner teuren Uhr, der nächste von teuren Schuhen, der nächste vom teuren Urlaub. Und wieder andere zeigen, wie toll sie beruflich sind und was sie alles erfunden haben und welche neue Produkte sie haben, die anderen Menschen helfen. Und letztendlich sucht jeder von denen auch ein Stück Anerkennung. Was ist daran so schlimm? Nur weil es in unserem Universum nicht erlaubt ist, dass man sowas macht, muss das noch lange nicht schlecht sein. Jeder hat sein Bewertungskriterium. Derjenige, wo einen dicken Ferrari fährt, der natürlich einen Urlaub macht, wo sich andere, keine Ahnung, fast eine Eigentumswohnung dafür kaufen, der ist stolz auf das, weil er das durch seine Arbeit geschaffen hat. Und dann postet er das. Warum soll ich das als schlecht bewerten? Warum? Weil in meinem Universum heißt der, das ist ein Angeber, der muss nur abdrücken, dem fehlt irgendwo ein Selbstbewusstsein, ein Teil, deswegen muss er mit einem fetten Schlitten vorfahren oder muss hier Bilder von seinem teuersten Urlaub, was sich andere Menschen ein ganzes Jahr lang nicht mal leisten können, muss er posten. Ja warum? Es ist doch seine Sache. Wenn er Spaß daran hat und mit dem, was er tut, nicht die Freiheit von anderen Menschen begrenzt, ist, woran liegt da unser Problem? Im Neid, denn er hat was erreicht, was wir vielleicht erreichen möchten, aber nicht erreicht haben und somit schürt dieser schwarze Neid, das ist ein schwarzer Neid, das ist ein ganz unangenehmer, das ist eine richtige Seuche, das ist eine der schlimmsten Viren auf der ganzen Welt, Neid, nicht anerkennen der Leistung anderer. Warum? Weil wir in unserem Universum Regeln haben, die sagen, das Leben muss so und so aussehen, man darf nicht zu reich sein, man darf mit Autos nicht angeben, weil der hat natürlich was, was ist ja einen kleinen Schwanz, deswegen muss er es machen. Der Nächste hat so und so einen schönen Botti, das ist Quatsch, das ist Unsinn, der Mensch hat nichts drauf, der hat ein IQ, der ist unter der Raumtemperatur, das ist ein Prolo, das ist ein Angeber. Warum? Warum können wir die Menschen nicht in Ruhe lassen? Warum haben wir nicht diese nötige Toleranz, die Leistung von anderen anzuerkennen? Denn immer dann, wenn sich Neid breit macht, was ist denn das eigentlich? Das ist doch nichts anderes, wie der Beweis, dass dieser Mensch, der diese Aussage trifft, die neidische Aussage, dass er gerne dort wäre und gerne die Fähigkeit hätte, was derjenige hat, der beneidet wird. Das ist doch das, was dahinter steckt. Ja, wir tun uns damit keinen Gefallen. Und vor allem Menschen, die unter diesem Virus leiden und diesem Virus neid, der ist so energiefressend, überlegt euch mal, was da passiert. In dem Moment, wo wir was beneiden und ich nehme mich da nicht raus, auch ich bin ein Mensch, auch ich habe damit zu kämpfen, das ist richtig, weil ich mich selber dabei ertappe. Und gerade bei Social Media, was ist denn dahinter, was steckt denn bei Social Media dahinter? Warum funktionieren denn die Postings? Natürlich, weil immer auch ein Stück Neid mit dabei ist. Man sagt, boah, boah, der ist in dem Urlaub, boah, der fährt die Karre, boah, der sitzt unter Palmen, boah, und der arbeitet im Urlaub und muss nichts arbeiten, der arbeitet nur in der vier Stunden Woche, boah. Natürlich ertappt man sich da selber natürlich auch, wo ein gewisser Neid entsteht. Neid ist ja auch ein gewisser Faktor, wenn es kein schwarzer Neid ist, wenn es weißer Neid ist, was ein Antriebsmotor ist, was ja auch für die Wirtschaft gut ist. Die Wirtschaft arbeitet ja genauso mit Ängsten und mit Neid. Wenn da ein tolles Auto kommt, ein toller Mann kommt mit einer tollen Frau in einem tollen Auto. Was wird da mit praktiziert? Natürlich ein Stück Neid, zu sagen, ätschepätsch, das Auto mit dem Mann, mit der Frau, die eine tolle Frau, weil er das Auto hat, bewegt man deinen kleinen faulen Arsch und macht auch mal ein bisschen Gas. Das ist ein Faktor, das ist ein Wirtschaftsfaktor. Neid und Angst ist ein Wirtschaftsfaktor. Aber wenn wir immer selbst unter diesem Virus leiden, dass wir neidisch sind, dann kostet das uns verdammt viel Lebensenergie. Verdammt viel Spaß. Denn versetzt euch jetzt mal in die Lage, jeder kennt es, mehr oder weniger. Es gibt Menschen, die sind gar nicht neidisch. Es gibt Menschen, die haben einen positiven, weißen Neid. Die sind neidisch drum, weil es ihm so gut geht, aber positiv sagen, ja, ist geil, der das erreicht, das ist super, möchte ich auch erreichen. Werde ich auch erreichen. Ich nehme mal ein Beispiel an ihm. Das ist weißer Neid. Der schwarze Neid ist böser Neid. Dieser Wichser hat es nicht verdient. Dieser Wichser, der hat dieses Auto doch nur bekommen, weil er andere Leute über den Tisch zieht. Und der hat sein Body, nur weil er Stoff nimmt und Anabole Drogen, dass er jeden Morgen aufsteht um halb sechs und dann erst mal Sport macht und den ganzen Tag sauber isst und kein Schrott isst. Ist egal. Der hat betrogen, der hat beschissen. Der Nächste, der ein fettes Haus hat, ja klar, der hat ja so Spekulationen, weil er andere Menschen ausnutzt. Das ist ein Drecksack. Der ganze Reich ist alles Schweine. Warum? Weil sie andere Menschen betrügen. Ja. Das ist unser Universum oftmals. Das ist unser Universum, unser Bewertungssystem. Das sind unsere Bewertungskriterien, unsere Schubladen im Kopf. Und da schieben wir was rein. Und wie fühlt sich das an? Habt ihr das gerade gespürt, wie sich das anfühlt? Dieser Drecksack, dieses Schwein betrügt andere Menschen. Das ist ein Betrüger, deswegen hat er das. Der hat so viel Geld, weil es ihm gut geht, weil er einfach andere Menschen über den Tisch gezogen hat. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich nicht gut an. Das ist nicht angenehm. Derjenige, der unter diesem Scheiß-Virus leidet, ist eine arme Sau. Denn der raubt sich ganz viel Lebensenergie. Der raubt sich das Wertvollste, was er hat. Und zwar Glücksmomente. Denn in dem Moment, wo wir neidisch sind, schwarz neidisch sind, sind wir nicht glücklich. Sondern wir sind in unserem Bewertungssystem. Wir bewerten gerade. Und jetzt, was machen wir noch? Jetzt wird es ganz spannend. Jetzt müsst ihr gut zuhören. Wir bewerten uns. Wir bewerten uns als Loser. Wir bewerten uns als Versager. Ja, in dem Moment, wo wir diesen schwarzen Neid aussprechen, zeigen wir, dass wir nicht dort sind, wo er ist. Dass wir neidisch sind. Dass wir das nicht erreicht haben, was er erreicht hat. Das ist ganz oft der Hintergrund für Neid. Das entstehen diese Bewertungen. Und damit es uns nicht so schlecht geht, gehen wir her und sagen, das ist ein Drecksack, das ist ein Schwein. Der hat es nicht verdient. Das ist ein Betrüger. Was machen wir dadurch? Wir setzen uns dadurch auf diese hohe Schwellen und sagen, aber ich bin kein Betrüger. Aber ich bin kein Drecksack. Ich habe alles ganz ehrlich gemacht. Diese Aussagen treffen eine größere Aussage über denjenigen, der sie trifft, wenn er dazu was schreibt. Manche denken ja nur zu. Weil auch nur Denkneid ist, Denken ist auch scheiße. Manche bringen es ja tatsächlich für ein Schreiben auch noch was zu. In Social-Media-Plattformen, YouTube, Facebook, Instagram, sieht man es ja immer wieder. Dass Menschen torpediert werden, die Anerkennung suchen. Und wenn wir Anerkennung suchen, dann verkaufen wir auch was. Denn hinter allem, was wir sagen, was wir tun, jetzt wird es auch wieder spannend, bitte genau zuhören. Hinter allem, was wir sagen, was wir tun, suchen wir was. Hinter allem. Wenn wir eine Aussage treffen, wenn wir mit Menschen sprechen, ist nicht so, dass wir einfach nur Worte aus unserem Mund putzen lassen, die sich aus verschiedenen Buchstaben zusammensetzen. Sondern jeder Mensch denkt sich dabei. Und ganz viele Menschen sind natürlich immer bedacht, dass durch das, was sie sagen, dass dadurch was geschieht. Es entsteht eine Erwartungshaltung. Wenn wir was posten, wenn wir einen Text machen, wenn wir Bilder machen, egal wie philosophisch der Text ist, wir suchen nach Anerkennung. Egal wie einfach der Text ist, ob es einfache Bilder sind, wir suchen nach Anerkennung. Wir wollen belohnt werden. Das Belohnungszentrum erwartet eine Belohnung. Und somit werden ganz oft Sätze und Worte formuliert, wo hinten dran eine Erwartungshaltung steht. Und was für eine Erwartungshaltung wird das sein? Natürlich Belohnung, Anerkennung der Leistung. Und viele Menschen möchten das nicht, weil jetzt auch wieder spannend, ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit in dem Moment, wo sie es tun, die Anerkennung fällt. Sie, die nicht die Leistung gebracht haben, die sie gerne bringen würden. Und daraus entsteht dieser Neidfaktor. Und dieser Neidfaktor kostet uns Menschen scheiße viel Energie. Und es entstehen ganz viele unglaublich stressige, nicht glückliche, unglückliche Momente in diesem Moment. Und zwar einmal natürlich auch für den, der angegriffen wird, wenn er es falsch interpretiert. Das ist ja auch immer eine Frage der Interpretation. Wie interpretiere ich tatsächlich eine Aussage, eine Körpersprache, eine Mimik? Lasse ich das zu, dann habe ich natürlich ein Problem. Aber das größte Problem entsteht immer bei demjenigen, der diese Aussage macht, der diese Körpersprache hört. So ein Wichser, der hat ja nichts drauf angehört. Wie fühlt sich das? Das fühlt sich scheiße an, oder? Das fühlt sich scheiße an, weil in dem Moment habe ich ein Szenario im Kopf. Scheiße, Alter. Scheiße stinkt. Scheiße ist Müll. Das macht keinen Spaß. Das ist für denjenigen, der diese Aussage trifft. Und wenn er es nur im Innerlichen denkt, er muss es nicht mal schreiben. Wenn dieser verfickte Neid uns am Kragen hat, und das ein ganzes Leben, überlegt mal, ihr seid damit behaftet. Von eurer frühen Jugend bis ihr ins Grab geht. Wisst ihr, wie viele Momente ihr im Leben verpasst? Wisst ihr, wie viele Momente ihr im Leben die Sonne nicht seht? Wisst ihr, wie viele Momente im Leben ihr keinen Spaß habt? Genau durch diese Scheißeigenschaft. Und soll ich euch was sagen? Das ist auch was, was wir in unseren Genen mitbekommen. Neid. Neid. Wenn du Vorfahren gehabt hast, beziehungsweise in den Grundgenen des Menschen ist immer irgendwo ein Neid mitverankert. Wenn du jetzt noch Elternteile gehabt hast, ein Mutter oder Vater, und die haben das ganz stark in ihrem genetischen Programm weitergegeben an dich, dann bist du von der Grundsaat, von der Grundveranlage hast du diesen Anker. Und wenn du jetzt noch hergehst und die ganze Zeit genau dieses kleine hässliche Neidpflänzchen gießt, dann wird es größer, 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 größer. Und der Neid verfolgt dich bis in dein Grab. Und du hast ganz wenig Spaß in deinem Leben. Deswegen, Neid, N-I-D, Neid. Das ist einfach oberster Bullshit. Und soll ich euch was sagen, wie einfach es eigentlich ist? Ich muss immer ein bisschen auf die Uhr gucken, weil gleich kommt ein Coach hier. Neid. Was ist Neid? Einfach mal drüber nachdenken. Geht mal in euch rein. Fühlt euch jetzt nicht angegriffen. Sondern geht mal in euch rein. Überprüft mal, wann und wo ihr neidisch seid. Ob es Momente gibt, Zeiten gibt, wo ihr neidisch seid. Und dann würdet ihr feststellen, jeder wird in seinem Bereich feststellen, dass es Ecken und Kanten gibt. Ah, da sind wir schon neidisch. Scrollen bei Facebook. Dieser Sack hat so viel Erfolg. Der macht so viel Umsatz. Der hat so viele Mitarbeiter. Der kann sich so viel leisten. Und ich, dämlicher Hund, kriege es nicht fertig. Ich, arme Sau, kriege es nicht fertig. Nein, das ist ein Drecksack. Das ist einfacher, ne? Das ist ein Drecksack. Das ist einfacher. Das tut nicht so weh, wenn man anderen als Drecksack bezeichnet. Wenn man anderen einen Dreck zieht. Tut es nicht so weh. Ja. Freunde, das ist so ein spannendes Thema. Und wenn ihr euch damit beschäftigt, dann solltet ihr ehrlich zu euch sein. Einfach mal in euch gehen, euch mal selbst bewerten. Selbstreflexion. In den Spiegel schauen. Und ehrlich zu sich selber sein. Da werden wir feststellen, dass wir wirklich in der Tat alle mehr oder weniger, es gibt Menschen, die sind völlig bewertungsfrei, die können das. Das ist zu beneiden. Das ist zu beneiden. Auch ich leide darunter und in diesem Bewertungssystem. Warum? Weil ich natürlich auch meine Learnings im Kopf habe, mein Universum. Und jeder bewertet alles aus seinem Universum raus. Aus seinen Erfahrungen, die er gemacht hat. Unser Erfahrungsschatz lässt uns bewerten. Und auch ich leide darunter. Aber das Schöne ist, dass ich es weiß und dass ich mich selbst dabei ertappe und sage, lieber Andreas, du kleiner Vollidiot, lass doch die Scheiße einfach sein. Weil von der Scheiße hast du überhaupt gar nichts, sondern es ist nur ein Beleg, dass du gerade Schwäche zeigst. Dass du gerade ein Spiegelbild und du möchtest es nicht sehen, du möchtest dieses Spiegelbild verdammt nochmal nicht sehen. Deswegen ziehst du dieses Spiegelbild in den Dreck. Damit du dich selber aufweist, damit du dich selber gut fühlst. Damit du selber deine eigene Schwäche nicht anerkennen musst. Und da sind wir schon wieder, wo? Richtig. Energetisch gesehen ist die zweite Sache. Ach, weg mit. Ha, der Penner, weg mit. Ist energetisch eine einfache Entscheidung. Ich bin gut, ich kann alles. Ich brauche das nicht. Ich stehe über dem. Ich brauche das nicht. Freunde, sind wir doch mal richtig selbstkritisch. Dann dürfen wir uns jeden Tag, jeder, immer ein Stückchen, mehr oder weniger an der Nase greifen. Schön ist, wenn Menschen sich selbst reflektieren und anerkennen, dass Anerkennung jeder Mensch braucht und dass dieser Neid beschissen ist, solange er schwarzer Neid ist. Ein weißer Neid ist was ganz anderes. Ein weißer Neid ist motivierend. Ich habe zum Beispiel Motivatoren, die mir meinen weißen Neid schüren. Ja. Die dort sind, wo ich noch nicht sind. Die aber ein gutes Beispiel sind und mir den weißen Neid geben und ich den weißen Neid aufnehme und sage, ja, ich werde mich anstrengen. Denn erlebt mir das vor, was ich gut finde. Und da lasse ich mal mein Bewertungssystem raus. Denn wenn ich ein Bewertungssystem nehme, kann ich alles schlecht reden. Das ist gar kein Problem. Ich kann alles kurz und klein reden. Warum kann ich es kurz und klein reden? Warum kann ich es schlecht machen? Um mein eigenes Versagen zu verstecken. Das ist alles, was dahinter steckt. Um im Spiegel nicht das Gesicht zu verlieren. Das ist das, was dahinter steckt. Deswegen, wir Lieben da draußen, das hat vielleicht jetzt mit meinem eigentlichen Beruf Personal Ernährungsberater, wobei Life Coach gehört es mit rein. Denn Neid ist ein Energiefresser. Neid frisst uns Glück. Neid nimmt uns Lebensspaß. Lassen wir doch das sein und sind ein Stück weit toleranter und denken mal darüber nach, warum wir überhaupt so sind. Warum wir an die Leistung von anderen nicht anerkennen möchten. Was dahinter steckt. Und dann werdet ihr feststellen, dass am allerwenigsten die was dafür können, auf die man neidisch sind. Und das liegt an uns selber, an unserer eigenen Verhaltensweise. So Freunde. Ich habe jetzt meinen nächsten Coachee, dem ich jetzt die nächsten eineinhalb Stunden widmen werde. Und ich fühle mich gerade sehr, sehr gut. Weil auch diese Gespräche, was ich jetzt führe, auch über das Thema Neidisch und Anerkennung, tut mir ja auch gut. Weil ich mich selbst daran erinnere, was wichtig ist. Weil ich mich selbst daran erinnere, was wichtige Werte in unserem Leben sind. Und das ist ein ganz wichtiger Wert, nicht neidisch zu sein. Die Leistungen von anderen Menschen anerkennen. Und wenn ich es nicht mag, dann ein ganz drüber nachdenken. Raus aus dem Bewertungssystem. Es ist seine Sache. Solange er mich mit seinem Verhalten nicht in meiner Freiheit einschränkt, habe ich meine Fresse zu halten. Ganz einfach. So ihr Lieben, das war's von Andreas Wienbacher. Bekannt auch als Mr. Tee. Wenn ihr sagt, fand ich gut, fand ich geil. Hast du noch was zu diesem Thema? Unten in den Bemerkungen freue ich mich natürlich auch über Anerkennung, Freunde. Über Anerkennung, die von Herzen kommt. Dankeschön. Vielen Dank.